Diego Deme von RB Leipzig freut sich auf die besondere Stimmung im Celtic Park beim Duell mit Celtic Lesko am Donnerstagabend, 21 Uhr live auf der ZN und im Live-Dicker. Der Mittelfeldspieler verglich die Celtic-Fans mit den Anhängern von Besiegtas. Das ist überragend. Dort live zu spielen ist ein Highlight für jeden Spieler, sagte Deme im Interview mit DRZN. Ex-Team-Kollege Marvin Kompa, der aktuell bei den Schotten unter Vertrag steht, hätte ihm bereits einige Videos mit der Stimmung im Stadion zugeschickt. Die Fans sind einfach gigantisch. Durchaus vorbereitet fühlt sich Deme allerdings durch die Erfahrung, die er in der vergangenen Saison in Istanbul machte, bei Besiegtas waren Stimmung und Lautstärke nicht zu toppen. Das wird nie aus meinem Kopf rausgehen. Die Lautstärke war bemerkenswert. Diego Deme, Vorbilder sind Gennaro Gattuso und Andrea Pirlo gerade im Hinblick auf ein zuletzt formstarkes Celtic wird allerdings nicht nur die Stimmung im Stadion zur Herausforderung werden. Deme betonte jedoch eigene Stärken, bei uns läuft es in den letzten Wochen auch sehr gut. Er sah sogar einen taktischen Vorteil. Je mehr die Gegner Fußball spielen, desto mehr können wir unsere Stärken ausspielen, selbst will Deme derweil nicht als Lautsprecher vorangehen. Als fußballerische Vorbilder nannte er Gennaro Gattuso und Andrea Pirlo. Seine Rolle als Kapitän würde er aber anders präsentieren. Ich versuche jedes Spiel ein Beispiel zu sein. Punkt. Ich bin kein großer Redner, sondern versuche, durch meine Spielweise die Leute mitzuziehen.